Norbert Jansson ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere. Aus der Jugend von Hertha BSC hervorgegangen, erhielt Jansson im Alter von 18 Jahren einen Profi-Vertrag beim Bundesligisten Hertha BSC. Kam in zwei Spielzeiten allerdings nur am 30. September 1970 in der erste Runde des Messepokals. Beim 4-1-Sieg im Heimspiel gegen den dänischen Erstligisten B1901 Nyköbing zum Einsatz. Von 1971 72. bis 1972 73. spielte er für Wormazia Worms in der Regionalliga Südwest, belegte mit dem Verein den siebte und vierte Tabellenplatz und erzielte in 82 Spielen 48 Tore. Von 1974 bis 1976 war er beim Bundesligisten Kickers Offenbach unter Vertrag und gab sein Debüt am 24. August 1974 in der bis heute denkwürdigen Begegnung, in der der FC Bayern München mit 6 zu 0 sensationell hoch besiegt wurde, wozu er zwei Torvorlagen gab. Sein erstes Bundesligator war der 1 zu 2 Anschlusstreffer bei der 1 zu 4 Niederlage am 11. September 1974 im Auswärtsspiel gegen Hertha BSC. In der Saison 1976 77. spielte er für den Karlsruher SC seine effizienteste Saison, in der er 16 Tore in 34 Spielen erzielte. Bei seinen drei Doppeltorer folgen, die ihm am 18. September 1976, 29. Januar 1977 und am 19. März 1977 gelang, verlor seine Mannschaft zweimal und spielte einmal unentschieden. Mit der Saison 1977 78. begann für ihn die längste und erfolgreichste Spielzeit. Für den FC Bayern München spielte er am häufigsten, konnte an seine alte Trefferquote anknüpfen und gewann zwei Meisterschaften. Nach vier Spielzeiten für die Bayern wechselte er 1981 zum gerade in die zweite Bundesliga abgestiegenen FC Schalke 04. Für den Verein, mit dem er 1982 den Aufstieg schaffte, bestritt er am 30. April 1983 bei der 1 zu 3 Niederlage im Auswärtsspiel gegen Bayern 04 Leverkusen auch sein letztes Spiel. Nach 200 Erstliga, 37 Zweitliga und 82 Regionalligaspielen endete für ihn die Fußballerkarriere im bezahlten Fußball. Von 1983 bis 1985 absolvierte er noch zwei Spielzeiten für den Amateurverein TSV Amfing in der Bayern Liga, bei dem er auch von März bis Juni 1989 das Traineramt inne hatte. Jansson bestritt sein einziges Länderspiel für die B-Nationalmannschaft. Die am 25. April 1975 in Offenbach gegen die A-Nationalmannschaft Finnlands mit 6 zu 0 gewann, in diesem Spiel wurde er für Ronald Schwarm eingewechselt. Erfolge Deutscher Meister 1980-1981 Zweitligameister 1982 Aufstieg in die Bundesliga 1982 Untertitelung des ZDF für funk, 2017